Willkommen zu diesem Video-Tutorial, in dem Sie erfahren, wie einfach es ist, unsere Visa-Karte aufzuladen, um in Online- und Offline-Shops auf der ganzen Welt einzukaufen. Zuerst greifen wir auf Advantage zu und wählen die Visa-Gift-Card aus. Wir müssen daher den Betrag auswählen, den wir aufladen möchten, und zwar für einen Betrag zwischen 1 und 1.000 Dollar. Bedenken Sie, dass es sich bei der Visa-Karte, die wir aufladen möchten, um eine Einwegkarte handelt. Sobald das Guthaben aufgebraucht ist, müssen wir den gleichen Vorgang wiederholen, um eine neue Karte zu kaufen. Wenn Sie mit der Verwendung dieser Karte vertraut sind, empfiehlt es sich, große Beträge aufzuladen, um nicht jedes Mal wieder aufladen zu müssen, auch wenn der Vorgang äußerst einfach und schnell ist. Nachdem Sie den Aufladebetrag ausgewählt haben, klicken Sie auf Diesen Gutschein kaufen und geben Sie Ihre PIN ein. In wenigen Sekunden wird die Bestellung bearbeitet und wir erhalten einen Link zum Abschluss des Kaufs. Durch Klicken auf den Link gelangen wir zu einer Seite, auf der wir unsere Daten überprüfen, Bedingungen und Datenschutz ankreuzen und anschließend unsere E-Mail-Adresse bestätigen müssen. Die Visa-Karte ist nun offiziell fertig. Machen Sie dann einen Screenshot der Karte oder notieren Sie die Kartendaten, die Sie benötigen, um sie in WalletPay auf Ihren Telefon laden zu können. Sie müssen nur noch die Google Pay oder Apple Pay Anwendung aufrufen und auf Zur Wallet hinzufügen. Klicken. Wir wählen Zahlungskarte und dann Debit- oder Kreditkarte hinzufügen. An dieser Stelle geben wir die zuvor gespeicherten Debitkartendaten ein und bestätigen den Vorgang. Nachdem wir die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert haben, werden wir aufgefordert, einen Code an unsere E-Mail-Adresse zu senden, damit die Karte per Telefon bezahlt werden kann. Anschließend greifen wir auf unsere E-Mail zu, kopieren den erhaltenen Code und geben ihn ein, um alles zu bestätigen. Ihre Zahlungskarte wurde nun Ihrem Telefon hinzugefügt und ist für kontaktloses Bezahlenderheit. Wenn Sie den Kontostand Ihrer Karte in Echtzeit erfahren möchten, rufen Sie einfach die Advantage-Anwendung auf und klicken Sie auf das Visa-Logo in der Liste Ihrer gekauften Gutscheine, wie durch den Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den vorliegenden Link und Sie werden auf die Seite mit dem Kartensaldo und der Liste der getätigten Zahlungen weitergeleitet. Ein paar einfache Schritte, um dank Advantage unendliche Vorteile zu erzielen. Bis bald mit neuen Video-Tutorials.